Willkommen zurück Leute bei Let's Play Tears of the Abyss. Seit dem letzten Mal ist nicht viel passend. Und wir werden jetzt hier in Soundbinar noch eine Sache machen, bevor ich weiter mit der Story fortfahre. Denn es gibt hier in diesem Haus etwas, was ich haben will. Das ist sicherlich, wenn nur zum Einkaufen oder Dekoration. Genauso wie die Gespräche. Aber hier... Ein Sandwich-Rezept. Das heißt, im Prinzip lernen wir unsere Rezepte durch random Ordner, die auf dem Boden liegen. Wahrscheinlich steht dann da höchst detailliert drauf, wie man einen Sandwich richtig beliebt. Gut, das klingt immer noch blöder, aber... Naja, jedenfalls kommen wir jetzt was Neues kochen und hier geht auch dann die Story weiter. Ich bin Marukuto-Teikok-Gun, der 3. Stadion. Ich bin Jade-Cartis-Taisa. Ich bin Jungs. 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 Ich bin der Fall von den Schrauben. Ich bin der Fall von den Schrauben. Ich bin der Fall von den Schrauben. Wenn ich die Stadt entfernen würde, dann wird ich auch die Schrauben. Was ist das? Ich bin der Herr, der Herr von Herrn. Ich kann nicht mehr wissen, was ich nicht. Entschuldigung. Karteis, Herr. Was ist das? Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall von den Schrauben von Ich habe mich nicht verletzelt, aber ich habe mich nicht verletzen, dass ich die Brille habe. Es ist gut, ich kann mich nicht verletzen. Ich werde es für mich nicht verletzen. Das war's für mich. Ich bin mir jetzt schon wieder mit dem Lübben. Wie ist es, wenn ich noch nicht? Ich bin sehr interessiert. Ich möchte es schnell mit dem Lübben. Ich wünsche mir auch noch einmal mit dem Lübben. Ich bin auch noch mal bei dem Lübben. Also noch einmal mit dem Lübben. Ah, ich bin mir mir ein... Lübben, Lübben, ich bin sehr wundervoll. Aber ich bin sehr einfach. Ich weiß nicht, ob ich die Nachbarin bin. Du bist eine Nathalie, die Frau von Nathalie. Das ist nicht so, was ich? Du bist nicht so, was ich? Der zweite Punkt ist? Das ist das Kaiszuhru. Ich weiß nicht, dass ich hier nach dem Kaiszuhru. Ich weiß nicht, dass ich die Kaiszuhru. Ich weiß nicht, dass ich die Kaiszuhru. Das ist das Kaiszuhru. Ich weiß nicht, was ich weiß, 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 was ich weiß. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich weiß nicht. Dann, ich werde es jetzt sagen. Wenn du auf dem Korakl gebetet bist, dann würde ich dir die Kraft. Ich kann mich nicht mehr über die Weltkarte halten. Ich habe mich nicht mehr über die Weltkarte geholfen. Danke, Gen-Sui. Was ich mitnehmen kann... Ich befürchte nein. Was? Er ist am Pennen. Auf dem Boden. Okay! Er lässt sich auf dem Boden pennen. Was dieses Spiel nicht so alles hat. Du? Aha, er kümmert sich was um seine Waffe. Sehr guter Soldat, sehr guter Soldat. Ja, ja. Gut, dann können wir also jetzt hinaus. Und dann in Richtung Kaizuno. Keine Ahnung wie ich hier rauskommen soll. Äh, die Typen stehen ja immer direkt vor der Tür. Also, rettet mich mit einer Katzi. Los, Katzi, mach was. Ja, eine Katzi passiert, weil ich in Richtung Tür bin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, 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 my God.